Das war der Mann, Andreas Kreml. Es gibt den Kampf im Schwergewicht, 91 Kilogramm. In der roten Ecke Vitalius Subatius, Motor Babelsberg und in der blauen Ecke Stefan Sittner, Motor Oslo. Ring frei, Runde 1. 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 Ja, geht es gleich satt? Ja, okay. Seid, fein! Seid, fein! Seid, fein! Geist, fein! Geist, fein! Warum sitzt jemand tun? Aber mach, mach, mach! Geist, mach! Geist, mach! Verdammt zu wenig. Aber du liebst, im Stahl! Ich darf Ihnen vorstellen, in der roten Ecke Vitalius und Ratius, 32 Jahre alt, 85 Kämpfe, 68 Siege, mehrfacher Meister von Litauen, Teilnehmer in Europa, Weltmeisterschaften sowie in den Olympischen Spielen. Vitalius, Zubatius. Ring frei, Runden ins Hoch. Jetzt muss aber mal was passieren. Ja, hört man so. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.